Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Skyrim in Hübsch. Und wir sind gerade in so einem richtig ekelhaften... Boah, sieht das geil aus. Richtig ekelhaften Duell mit so einer kleinen Tussi da. Die ich einfach nicht wegbekomme. Die so unheimlich stark ist, dass ich sie nicht wegbekomme. Äh, vielleicht hilft mir ja anschleichen etwas. Deni muss hier da... Oh. Oh, scheiße. Kritischer Schlag. Na? Die Frage ist, verschieße ich jetzt einfach mal... ...alle meine Pfeile gegen die oder... ...nützt das auch was. Ja, es nützt was. Denn die sitzt da, wo sie nicht weg kann. Wie schön. Nein! Scheiße. Scheiße. Ja. Boah. Endlich. 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 ...seit hier ausgerottet. Und ich bekomme meine... ...sachen wieder. Wie schön. Und ich kann nebenbei noch ein bisschen... ...so ein paar... ...Truhen durchsuchen. ...Honigwabe. Wieso nicht? Kenn ich noch nicht. Ausgeschworenen Fall. Alter Nordfall. Salmon... ...Sammon Steak. Hm? Was haben wir hier drinne? Nichts Besonderes. ...Steelfoot Disgusting. Hier ist auch noch eine Schmiede. Wir haben eine eigene Schmiede. Das ist ja schon mal cool. Hoh! Ich muss ja noch den Drachen gucken. Was mit dem Drachen ist. Den Drachen habe ich ja noch gar nicht auseinandergenommen. Sollte ich schnell mal hinlaufen. Hm. ...Crea hat auch nichts dazu suchen. Oder... ...für mich... ...Relevantes dabei. Da unten. Blutdrache! Ja, super. ...Ausgeschworene Pfeile, Eisenpfeile, Pharma-Pfeile, Stahlpfeile. Kann ich alles gebrauchen? Drachenschuppen. Und jetzt bin ich schon wieder voll. Das bedeutet, ich muss verkaufen. Äh... Oh, was ist denn das hier? Okay. Nur irgendwas, was in der Gegend rumliegt. Haben wir hier noch irgendwas? Das ist eine Säge. Nichts. Eine Trommel können wir nehmen. Wie schön. Hm... Pfeile. Pfeile, Pfeile. Was ist dieses Geräusch? Ich glaube, der sollte man mal nachgucken. Okay. Okay. Eisenerz. Seelensteinfragment. Schön. Gerbgestell kann ich benutzen. Lachs kann ich sammeln. Einen Eimer kann ich nehmen. Ich kann im Heuhaufen schlafen. So, aber was... macht hier dieses Geräusch? Hm... Gut, hier ist es nicht. Hier unten irgendwo sein. Ich weiß es nicht. Wo es ist. Ich kann es auch nicht irgendwie näher ausmachen. Was ist das Problem? Ne. Es muss da unten sein. In die Richtung. In die Richtung. Ne. Das ist es nicht. Verdammt nochmal. Halt mich doch einfach nicht zum Lachen. Okay. Scheinbar kann ich hier nichts tun. Schade. Wäre schon witzig gewesen, wenn hier irgendwas gewesen wäre, was von Wert wäre. Da hinten ist ja noch was. Hm. Ja, ich mach schon wieder alles ohne Sinn und Verstand und, äh... nichts davon noch sinnvoller. Wollten wir eigentlich zum Berg hoch. Ein Chemielabor. Eine Truhe. Gewöhnlicher Seelenstein. Gold. Zwergenbogen. Zwergenhelm der Magiker. Ist allerdings schwer. Wir wollen kein schwer. Ja. Ja. Ein... Riese. Okay. Wozu braucht man... Ah. Eine Riesenziel braucht man für die Ausdauer, damit man sie senken kann. Dazu sind 10 da. Ach ne. Wollte ich gar nicht hin. Ja. Beenden bitte mal. Nein. Ja, beenden. Ich wollte meine neuen Zutaten essen. Um zu gucken, was ich damit machen kann. Zum Beispiel mit einer Honigfarbe. Steinei. Gut. Ich bin jetzt feuerresistent. Gut. Also ich muss nach da oben. Um mal wieder meinen Pflichten nachzukommen. Und ich nehme einfach mal damit wieder dieses Umwandeln mit und... Äh. Eins meiner Schwerter. Nehmen wir mal Drachenfluch. Hä? Ich habe doch gesagt, ich möchte Umwandeln mithaben. Ah. Umwandeln. So. Ja. Super. So. Auf der Karte. Wo war das? Wir müssen... Ja. Ach da. Und da oben... Gibt's noch was. Finde Samuels Schriften. Genau. Ah. Ich habe mehrere Quests gleichzeitig aktiv. Deshalb sieht das da so aus. Genau. Das Wissen der Alten kann ich mal ausmachen. Da muss man nicht das die ganze Zeit sehen. Hier kommt man ja kaum hoch. Das ist ja zum verteufeln. Allerdings sieht das Gras völlig gut aus. Oh. Ich würde sagen, hier speichern wir mal kurz. Denn ich weiß nicht, ob die mir da freundlich gesinnt sind. Gesinnte sind. Es ist immer nicht gut, wenn das so siehst. Ich weiß nicht, wohin ihr geht, aber haltet euch von der Mine fern. Die ist nicht sicher. Wir sind auf eine alte Krypta der Nord gestoßen. Da wimmelt es von Draugere. Diese ganzen Untoten halten uns vom Schürfen ab. Ich würde da nicht runter gehen. Äh... Gut. Machen wir später mal. Erstmal möchte ich oben die Schriften... Die Schriften... Was macht der denn plötzlich wieder hier? Wieso tauchen die immer irgendwo auf? Wie komme ich da hoch zu den... ganzen restlichen Sachen? Ich weiß es alles nicht. So, wir müssen scheinbar da komplett hoch. Tja... Können wir machen. Ich will nur Feuer nochmal speichern. Drache? Nicht gut. Oh. Ich warne euch. Zurück. Ja, ja, ja. Ist ja schon gut. Ich warne euch. Zurück. Ja, warte. Lass mich doch noch ein bisschen Magiker machen. So. Bis hierher und... Und dann lass mich mal meinen Bogen holen. Weiter. Und dann lass mal... ein bisschen draufhauen. Ein bisschen draufhauen. Der ist einfach mal ausgewischen. Was war das? Das gibt es doch nicht. Nicht. Das ist euer Ende. Tja. Äh... Nein. Eindeutig nicht. Aber ich möchte meine Pfeile wieder haben. Ja. Fein. Nehmen wir mal mit. Wer weiß, wozu man... Hexenrabe. Oh mein Gott. Ich hasse dich. Weißt du das? howst die Hä not trespass ist? Ah. 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 Ah... Ah. Ah. JAS KARDE Ich hasse dich. Wow, das ist nicht gut. Aua. Hey, wo bin ich hin? Gefallen. Das ist noch weniger gut. Jetzt kann er sich heilen. Tut er aber nicht. Hallo. Tja. Endlich bist du draufgegangen. Jetzt ein Raben. So. Einfach mal wieder weiter nach oben laufen. Na gucken, was uns hier erwartet. Trumbawolle. Ich würde sagen... Die hat's... Wahrscheinlich zwar nicht verdient, aber... Doch. Sie ist eine ausgeschworene. Sie hat's verdient. So. Sieht das nicht geil aus. Naja. So. Ich würde sagen... Wo müssen wir da hin? Da rein. Ja, genau. Hier würde ich mal einen Cut machen und sagen, bis zum nächsten Mal. Hau rein.